Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute teste ich die beiden neuen Sorten von den Chey Brot Ausstrichen beziehungsweise ich habe sie damals glaube ich K-Brot Ausstriche genannt. Ihr kennt die Marke von der Haselnuss Milchcreme, die mich damals so sehr an, richtig, an das Innere von Kinder Bueno erinnert hat und diese Haselnuss Milchcreme fand ich schon super lecker. Die Firma hat jetzt zwei neue Aufstriche auf dem Markt, eine Gourmet Haselnuss Milchcreme mit Kakao. Wie lecker ist das denn? Und einmal eine Crunchy Haselnusscreme und beide Aufstriche sind natürlich ohne Palmöl. Das ist ja auch schon mal richtig genial, ohne Gentechnik und ich habe auch den Preis im Kopf, Juhu, kostet tatsächlich nur 2,99 Euro und das finde ich ziemlich cool, weil das ja ein kleinerer Hersteller ist. Ich habe auch mal den Chef davon persönlich kennengelernt auf der Nougat dieses Jahr und jetzt habe ich noch mehr Bock, das hier vorzustellen. Wenn du die Menschen kennst, die so ein Produkt herstellen, die da mit Leib und Seele und Familie dahinter stehen, dann macht es einfach noch mehr Spaß, ihr Lieben und ich weiß auch, dass die Produkte einfach gut sind. Ich meine, diese Haselnuss Milchcreme, ich habe mich gerade so geärgert, dass ich die ja nicht mehr im Schrank stehen habe. Aber wir wollen ja heute die beiden neuen Sorten testen und die alte Sorte, die verlinke ich euch noch. Schaut mal, wie geil das aussieht. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Nutellacreme, sage ich mal. Mal gucken, wie es schmeckt. Mein Toaster im Hintergrund, der ist schon schwer beschäftigt und am Rödeln. Ich habe da nämlich ein paar Toastis reingeknallt und die brauchen immer so ein bisschen länger. Toastbrot, vor allem immer so Stufe 3 bis 4. Aber bis die Toastis richtig durch sind, dauert sie immer so ein bisschen. Und in der Zwischenzeit, da ist es, habt ihr gehört. Ich habe mich auch so ein bisschen erschrocken, ich weiß es gar nicht. Weil ich wusste, dass da was aus dem Toaster kommt, aber kennt ihr das? Sieben wir es auf Horrorfilme, man weiß, was passiert und dann erschreckt man sich trotzdem. So, das Messer, das zum Thema Horrorfilmen. Ganze Horrormäßigkeit ist es nicht. Ich fange jetzt mal mit dem Schokoladenbrotaufstrich an. Gibt es bei mir mittlerweile tatsächlich sogar im Edeka um die Ecke. Finde ich total cool. Sogar bis dahin haben sie es geschafft. Und das muss man erst mal schaffen, sage ich mal, als neues Produkt. Boah, das riecht schon richtig lecker schokoladig, ihr Lieben. So, ich hole jetzt mal, sorry für den Rücken. Das mit Toastis heraus ist noch ziemlich warm. Was ich aber ganz cool finde, wenn der warm ist, dann schmilzt die Schokolade so lecker. Und vor allen Dingen, schaut mal, das ist so richtig schön butterweich. Das ist nicht lecker aus? Butterweich, streichzart. Und wie gesagt, ohne Palmöl. Es geht! Und das sogar für 2,99 Euro. Also das muss ich auch mal sagen. Das finde ich echt total cool. So, drauf geschmiert und mal gleich reingebissten. Ich freue mich da jetzt wirklich richtig drauf, ihn mal wieder reinzubeißen. Meine Güte! Ach, da wünschte ich, ich hätte nicht so einen Dinkeltosti genommen, der so ein bisschen Eigengeschmack hat, sondern lieber so ein schönes Weißbrot ohne irgendwas Geschmack. damit ich noch mehr wirklich von diesem geilen Aufstrich genießen kann. Denn der ist richtig, richtig schokoladig lecker. Oh Gott! Schokolade macht glücklich, egal in welcher Form. Und das hier macht mich auch echt happy. Es ist nicht zu bitter. Ich habe ja auch schon mal so einen anderen Ausstrich, glaube ich, von Flora hieß die Mark. Oder hieß die Florena? Ne, Florena war was anderes. Von Flora, glaube ich, getestet. Ohne Palmöl und der war mal ein bisschen zu bitter. Der hier ist schön süß, so wie ich es mag. Ne, keine Sorge. Ich hätte jetzt nicht gedacht, der hier ist genauso süß wie ich. Das wäre ja wirklich ekelhaftes, selber rumgesteimelt gewesen, ne. Akkubo! Jetzt ist es wieder lecker. Zweites Tosti und Crunchy Haselnuss. Ich weiß auch gar nicht, warum ich heute so überdreht bin. Doch es gibt manchmal einfach Produkte, auf die freue ich mich total. Und ich habe die hier echt schon zwei Monate stehen zum Testen, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich ja jetzt heute, jetzt reicht es. Aber heute ist es mal so weit, ich muss jetzt mal diese leckeren Brotaufstriche testen. Und dafür nehme ich natürlich auch wieder ein sauberes Messer zur Hand. Crunchy. Das ist wirklich crunchy. Das ist sehr fest. Das riecht wie Haselnuss pur. Das riecht wie Haselnuss-Giotto. Das riecht echt wie Giotto. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch wie Giotto schmeckt. Guck mal, wie fest das ist. Krass. Ich schau auch mal drauf. Au! 71% Haselnüsse. Das war richtig krass. Meine lieber Scholli. Guck dir mal, die Zutaten. Haselnüsse, Zucker, pflanzliches Fett, Salz, Vanillin. Das war's. Cool. Und der hier schmeckt. Der ist ein bisschen trockener. Aber er schmeckt tatsächlich. Nehmt mal ein paar Giotto's. Knallt die platt aus Brötchen. Und schmeckt es echt. Es schmeckt so wie gequanschte Giotto's. Also wie so ein Giotto-Brot, das so richtig schmeckt ist. Richtig gut gelungen. So. Da hau ich nochmal extra Haselnüs drauf. Klar, ist ein bisschen mächtiger. Aber ist auch mächtig geil, muss ich sagen. Also wenn ihr Haselnüs liebt, ne? Und Crunchy. Dann gibt ihr den 10 Punkte. Garantiert. Glaube ich. Giotto-mäßig richtig geil. Wenn ihr den schon probiert habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich gebe den. Ja. Was gebe ich den denn jetzt? Dem gebe ich 9 Punkte. Eigentlich war die Schokocreme mein Favorit. Aber jetzt habe ich mich nochmal neu verliebt in diese Haselnusscreme. Schokocreme bekommt echt 8 stolze Punkte. Ist wirklich ein ganz, ganz leckeres, intensives Produkt. Wirklich ganz cool. Die hat 25% Haselnüsse. Aber diese Crunchy Haselnusscreme, die hat mich jetzt so an Giotto erinnert. Das hat so einen geilen Haselnussgeschmack. Deswegen 9 Punkte dafür. Hierfür 8 Punkte. Beide Ausstriche definitiv empfehlenswert. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss. 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 Vielen Dank.